Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bavmo Video. Heute reden wir über drei günstige Drift-Schlädern, mit denen ihr auf dem nächsten Parkplatz treffen die Laterne abrasieren könnt. Zumindest bis der Tank leer ist und der Kreditantrag für den nächsten Volltank genehmigt werden muss. Nun ab zum Intro, danach geht's los. Du hast keine Lust, ewig Preise für deine Kfz-Teile auf allen Portalen selbst zu vergleichen? Dann schau bei autoteile-markt.de vorbei. autoteile-markt.de ist eine Preisvergleichsseite mit einem großen Netzwerk aus zertifizierten und geprüften Händlern und findet immer den für dich besten Preis für deine Neu- und Gebrauchteile. Somit kannst du schnell und unkompliziert bare Münze sparen. Einen Link findet ihr in der Videobeschreibung. Schau jetzt bei autoteile-markt.de vorbei. Dein Preisvergleichsportal im Internet. Fangen wir direkt mit dem ersten Fahrzeug an. Ich vermeide in diesem Video bewusst BMWs, da gerade hier bei Bavmo wohl alle wissen, dass man mit einem ranzigen E30 oder E36 perfekt beim Driften einsteigen kann. Dafür braucht man kein extra Video machen. Per Definition günstig reden wir auch nicht von TÜV-wertigen Kisten mit 1A-Zustand, sondern wirklich von Driftschleudern zum Anfang, die in der Regel keine öffentliche Straße mehr auf eigenen Reifen befahren sollten. Kommen wir zum ersten Fahrzeug. Der Nissan 350Z oder alternativ der Infiniti G35. Klar darf der 350Z erstmal in so einer Liste nicht fehlen. Straßenfähige Modelle fangen da etwa bei 10K an. Und auf der einen oder anderen Börse findet man mal einen fahrbereiten ohne TÜV für so um die 6 bis 8K. Achtet dabei nur darauf, dass ihr euch ein EU-Modell kauft und kein Import aus den USA. Die US-Modelle hat nämlich kein Sperrdifferential. Das Original-DIV hat zwar auch nur eine träge Visco-Sperre mit 25% Sperrwirkung, doch immerhin besser als gar nichts. Am Ende bleibt ja immer noch das gute alte Schweißgerät. Ansonsten ein recht drehmomentstarker 3,5 Liter V6, der das Heck sehr leicht umherschleudern lässt. Achtet beim 350Z nur darauf, ob die Hinterachseaufhängung noch in Ordnung ist. Das ist eine ziemliche Schwachstelle bei dem Modell und gerade beim Driften habt ihr keine Lust, dass die Hinterachse euch wortwörtlich überholt. Für den 350Z findet man auch sehr viele Teile, um den Hobel auf einen waschechten Drifter umzubauen. Alternativ könnt ihr euch nach einem Infiniti G35 umschauen. Das ist quasi die etwas edlere Version des 350Z. Da könnt ihr also schön zu Beethovens 9. Symphonie driften, während ihr euch im Rückspiegel den Schnauzer zwirbelt. Kommen wir zum nächsten Fahrzeug. Nummer 2. Ford Sierra oder Scorpio. Der Ford Sierra und Scorpio eignen sich auch gut, um sich einen günstigen Drifthubel zuzulegen. Man sollte aber schon schauen, sich eine etwas stärkere Motorisierung zu nehmen. Beim Sierra findet man Fahrzeuge mit Restthüff und etwas stärkere Motorisierung, so um die 3 bis 4K herum. Auf der ein oder anderen Seite kriegt man auch etwas ranzigere Modelle für den Tausender. Die Teilepalette ist für die Driftumbauten aber nicht ganz so breit bei dem Modell. Hier muss man schon etwas Zeit in Eigenumbauten stecken. Beim Scorpio sind die Preise in etwa ähnlich. Da findet man Kisten mit Restthüff so für 2 bis 4K. Inserate für Ranzteile habe ich bei meiner Recherche leider nicht gefunden. Denke aber, dass man da ungefähr bei 500 bis 1.000 liegen wird, so wie beim Sierra. Es wurden auch sportlichere Motoren von Cosworth in die Normalmodelle eingebaut, welche sehr beliebt und für eine schmale Markt zu bekommen sind, ohne sich direkt einen richtigen, deutlich teureren Cosworth holen zu müssen. Porsche 924 oder 944? Ja richtig, in dieser Liste günstiger Drifteinsteiger ist ein Porsche. Beim 924 und 944 habt ihr nämlich den Motor in der Front und den Antrieb hinten. Der Vorteil hier, das Merkmal, was beim 924 am meisten verhasst war, spart euch richtig Knete. Denn ihr könnt euch, zumindest in kleinerem Maße, aus dem VW-Teileregal bedienen. Beim 944 wiederum noch weniger, da dieser wieder ein Porsche in Eigenentwicklung war, auch wenn dieser auf dem 924 basiert. Losgehen die Teile so ab etwa 2K, mit bisschen Restthüff so ab 7K. Die Preisentwicklung ist hier ähnlich vergleichbar wie bei alten BMWs. Die größeren Motoren machen hier deutliche Sprünge nach oben. So fangen die großen Motorisierungen als Ranzbuden erst so ab 4K an und wenn man noch ein bisschen Restthüff für die Überfahrt haben will, dann ist man schon bei so 9 bis 10K mindestens. Ihr merkt, es lohnt sich auf jeden Fall nach Budenausschau zu halten, die keine öffentliche Straße mehr sehen werden in ihrem Fahrzeugleben, da hier der Preisunterschied einfach so immens ist. Natürlich muss man trotzdem darauf achten, dass man sich kein Fass ohne Boden kauft, da man ja damit auch ab und zu mal auf den Track fahren will. Und bevor jetzt die ganzen Old- und Youngtimer-Fans losweinen mit Aber Amigo, du kannst doch nicht solche Autos fürs Driften verschleudern! Ja, niemand kauft ein Top-Fahrzeug mit Hakenzeichen, fünffachgelecktem Lack und Flossenjob vom Verkäufer, um das Teil dann am Ende auf einen Drift-Track zu ballern. Ich rede hier bewusst von Fahrzeugen, die sonst irgendwann aufgrund der unrentablen Standkosten für die Händler sowieso entsorgt werden. Diesen Fahrzeugen wird somit nochmal ein 30. Leben eingehaucht. So Freunde, das war's mit dem Bavmo-Video für heute. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat und würden uns über einen Daumen hoch freuen. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr es jetzt kostenlos tun. Vergesst auch nicht die Glocke zu aktivieren, denn nur so bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand. Also Freunde, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, eure Bavmo-Crew.